Hallo und herzlich willkommen zum KV Cell Simulator. Mein Name ist Knorkel, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich glaube, ich habe einen Erfahrungspunkte-Cheat herausgefunden, denn hier liegt immer mindestens zwei Müll. Okay, jetzt in dem Fall liegt ausnahmsweise mal drei Müll, aber normalerweise um den Daumen gepeilt liegen hier immer zwei Müll-Sachen. Sprich, du kriegst immer sieben Erfahrungspunkte. Eins pro Müll und nachher, wenn du alles aufgeräumt hast, kriegst du fünf zusätzlich. Haben wir ja gerade gesehen. So, du schmeißt das alles weg, speicherst das Spiel, gehst ins Hauptmenü, startet das Spiel neu. Okay, der Ladebildschirm ist ein bisschen länger, aber startet das Spiel neu und der Müll liegt wieder da. So einfach kriegst du Erfahrungspunkte. Sensationell. Okay, ich würde sagen, wir eröffnen jetzt... Oh, was machen wir denn jetzt heute? Heute ist erstmal gar nichts, ne? Donnerstag. Warte mal, heute war doch Auktion, oder? Also in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge war doch... Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen und dann gucken wir, was der nächste Tag uns... Ja, gut. Ich bin ja auch passend zu Hause. Sensationell. Gut, wir gehen jetzt einmal schlafen. Wir haben 1,4 Millionen plus das Auto, was wir noch da stehen haben. Ich meine, das war um die 100.000, wenn ich mich noch recht entsinne. Und heute ist Automarkt, Gott sei Dank. Okay, heute ist Automarkt. Wir können jetzt richtig fett shoppen gehen. Moment. Ne, guck mal kurz. Das ist der Fiat Abarth, ne? Ne, der Lord... Ja, okay, der ist nicht so viel wert. Der Fiat Abarth ist viel wert. Der sieht so ähnlich aus. So ein klein bisschen, haben wir da irgendwas? Nein. Nein. Wir gehen einmal zum Automarkt und schauen mal ganz kurz nach, was wir da so erschleichen und erspähen können. Äh, der Porsche auf jeden Fall und den. Golf war, ich glaube, mittelpreisig, aber der hier 72.000. Pass auf, wir machen 65.000. Aber nur, weil ich heute einen guten Tag habe. 65.000 von meiner Seite aus gerechtfertigt. So. Wir haben auch gelernt, man muss jetzt nicht unbedingt reparieren lassen. Ich glaube, der muss repariert werden, oder? Ne, gar nicht. Der muss noch nicht mal lackiert werden. 151.000. Okay, der muss ja nur gewaschen werden. Äh, machen wir 145.000. So, Angebot. Und ich nehme den direkt mit. Zahl den auch bar. Ja? Dankeschön. Den lassen wir auch einmal abschleppen. Käfer. Ich glaube, das war unser erster Wagen, den wir gekauft hatten, ne? Sollen wir den kaufen? Einfach zum Rumcruisen? Ich meine, ist sowieso so ein Traumwagen von mir. Könnten wir eigentlich machen, ne? Der hat oben ein VW-Logo. VW-Logo. Achte mal bitte. Da ist ein VW-Logo drauf. Äh, Copyright? Äh. Die haben da oben VW-Logo. Das haben die vergessen wegzumachen. Lol. Da ist ein VW-Logo. Haben die anderen Autos auch so was? Hat man noch erkennt, welche Originalmarke das ist? Glaubt nicht, ne? So, hallöchen. Wir gucken mal ganz kurz nach. Was soll der kosten? 34. Hat die gerade gesagt? Wie neu? Warte. Ne, die hat irgendwas gerade gesagt von wie neu. Wir gucken mal kurz. Der Golf soll kosten 21. Ja, gut. Hatten die hier auch noch ein VW-Logo drauf? Warte mal, ich steig mal kurz. Aber ich kann nicht einsteigen. Aber mit dem Käfer ist der Knaller. Komm, wir kaufen uns den. Ich kaufe mir den jetzt einfach, weil wir es können. Und weil wir dann ein Auto haben, was uns so ein bisschen rumfährt. Äh, ich gebe dir 15. So. 15 finde ich gerechtfertigt. Okay. 17. Aber mehr gebe ich auch nicht. Also, das ist wirklich dann Ende. Da ist Ende im Gelände. Ja, sehr schön. So, den lassen wir direkt in die Werkstatt schleppen. Und dann... Obwohl, ich muss... Ja, gut. Brauchen wir den unbedingt für... Das ist ja Lord, ne? Ähm. Brauchen wir den unbedingt für rumfahren? Weil eigentlich kommen wir überall so schnell hin, ne? Zur Auktion. Okay, für die Auktion würde ich sagen, brauchen wir den. Ne, dann lassen wir... Hier ist schon wieder Müll. Okay. Machen wir ganz kurz hier alles weg. Ah, weil wir geschlafen haben. So. Und nächste. So. Alles weg. Also, so viel war heute nicht beim Automarkt Gutes, ne? Also, irgendwie habe ich ein bisschen mit mehr gerechnet. Naja. Schade. Und den lassen wir umlackieren. Definitiv. Und den lassen wir tunen. Äh. Ja, ja. Es gibt Rabatte. Seit wann gibt es denn hier Rabatte? 25% Rabatt kriegen wir jetzt. Was ist hier los? Kunde im Büro. Ja. Der soll mal kurz warten. Weil wir stellen jetzt noch ein anderes Auto da hin. Den Porsche. Oh, wir können mal gucken, ob sich der Teil jetzt dreht endlich. Ah, okay. Nein. War voll der gute Kauf von mir, muss ich sagen. Dass die Tür nicht aufgeht, ne? Hoppala. Dass das Tor nicht aufgeht, wenn ich da hingehe. Ist ein bisschen schade. So. Der hat doch was. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Den müssen wir noch lackieren, ne? So. Theoretisch. Wir verkaufen den jetzt aber so. So. Den packen wir hier. Äh. Genau. Wir stellen die beiden jetzt rein. Oh, ein Kunde geht wieder. Den setzen wir rein für... 95. So, 95 und den anderen stellen wir rein für... Okay. 225.000. Können wir. So. Hallöchen. Ja, 75.000 muss ich dafür haben. Der war gar keine 100.000, wie ich dachte, ne? Na komm. Da brauche ich keine Zahlen eintippen. In der Zeit können wir eigentlich hier wieder ein bisschen polieren. So. Ne? Dass wir einfach hier wieder unsere Showcars haben. Aber ich hätte ihn jetzt eigentlich auf das runde Ding stellen können. Ah, da war noch was. So. Kunde im Büro. Ja, perfekt. Der sieht ja dann, wie wir hier dran arbeiten. Das finde ich sehr gut. Und fertig, oder? Hier war noch was. Da. So. Hallo. Guten Tag. Ja, 95.000. Müssen wir dafür haben. Und der hat ein paar Mängel. Weiß ich. Ich brauche da nicht mehr zu diskutieren. 225.000. Ja. Ist er für angesetzt? Auf gar keinen Fall. Da kommen wir nicht überein. So, ich gehe mal kurz meinen Käfer abholen. Sie haben meine Zeit gestohlen. Äh. Fand ich jetzt nicht so toll. Das sieht gut aus. Außer das Tor. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Vielleicht müssen wir das irgendwo mal ändern. Aber nicht jetzt. Wir fahren. Pass auf. Wir fahren jetzt erstmal. tunen lassen. Ne. Wir lassen ihn erst malen. Ich würde sagen in dem Herbie Weiß. Ne. Im Herbie Weiß sehe ich den irgendwie. ein Torwart. Oder so ein Blau. Weiß ich nicht. Ne. So kräftig nicht. Also wenn dann schon weniger. Warte mal. Wir machen mal Fabrikfarbe. So. Und dann gehen wir hier auf. Setz dich halt ab mit den. Mit den Felgen. Eigentlich wo. So ein Braun. So. Jo. Und den lassen wir jetzt. Ich glaube der war vorher schon so braun. Und den. Weil das Weiß hat mir jetzt nicht so gefallen. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen tunen. Obwohl ich eigentlich die Originalen mag. Aber wir lassen den mal kurz tunen. Und nicht die Mexiko Käfer. Sondern. Oh. Gibt überall Rabatte. Warum? Okay. Warte mal. Wie hoch sind die denn immer so? So. Beleuchtung. Beleuchtung. So. Platte. Die lassen wir. Die sieht auf jeden Fall geil aus. Felgen. Ja. Aber ich würde halt so. Oh ja. Die Originalen nehmen. Nee. Die. Ich finde die haben wir. So. Ja. Perfekt. Und jetzt starten wir unseren Käfer. Mit dem VW Logo oben drauf. Warum auch immer. Chill mal. So. Den stellen wir jetzt. Nee. Den stellen wir nicht hier hin. Weil hier werden ja die abgeschleppten Wagen hingestellt. Den stellen wir hier hin. Einfach so als Showobjekt. Ne. Geil. So. Hallöchen. Alter Verwalter. Was ist denn hier los? Die wollen ja alle den Porsche kaufen. Ja. Komm mal nicht über eins. Na. Äh. Nächster bitte. Ja. 2,25. Gut. 1,6 Millionen. Und wir haben ein Auto. Gehen wir jetzt schlafen? Ich würde sagen. Na. Ja. Na. Warte. 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 Wir können ja mal kurz gucken. Nachbarschaf. Sieht mau aus. Gut. Dann gehen wir jetzt doch schlafen. Denk mal, was wir schon in unser Büro gesteckt haben. Welcher Tag ist heute? Müsste Samstag sein, ne? Weil ich hatte jetzt ein bisschen Panik wegen, wegen, äh, den Steuern da. Ja, okay. Auktion ist heute. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Peugeot. 504 Klassiker. 2000. Ne. Das Problem ist, den kannst du dann für 3 oder 4 reinsetzen. So, aber ein Porsche beispielsweise, den kannst du halt für, ne? Da machst du halt nicht. Das ist, okay. Du machst halt bei denen 100% Gewinn. Ne? Aber das sind 2.000, 3.000. Beim Porsche machst du mal eben. Beim Porsche machst du mal eben, äh. Oh, ist das laut. Beim Porsche machst du mal eben dann, mit 10% machst du dann aber mal eben 20.000. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Guck, gewonnen. Ciao. Ha, ha, ha. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ich hatte bei den Updates gesehen, dass man hier irgendwie so Rennen fahren kann. Also so Driftrennen oder sowas. Ticketpreis. Achso, ja, zum Fahren. Aber ich glaube, das ist nur Multiplayermäßiges, ne? Hier kannst du auch nichts. Außer, ich glaube, hier kannst du nur Auto waschen. Und sonst kannst du hier bestimmt irgendwas, nichts machen. Ne? Man kann hier auf Toilette gehen. Kann man? Kann man nicht. Man kann hier in die Tankstelle reingehen. Kann man nicht. Wir können aber... Au, wir können einmal zum Büro reisen. Weil das Büro ist wirklich, wirklich, wirklich schmutzig. Ne? Das können wir jetzt aufräumen. Und dann können wir die Tore mal auswechseln. Das war einfach mal gucken, ob wir jetzt andere Tore da reinmachen. Ich meine, die sehen gut aus. Keine Frage. Nur, das sieht anders aus als das. Und das finde ich doof. Büro ist offen. Ah, okay. So, Büro ist geschlossen. Büro ist... Nein. Büro ist bearbeitet. So. Türen. Türen. Müssen wir Türen wandern? Ne? Wandert Türen? Türe. Ja, 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 ja. Hier sind die Tore. Genau. Pass auf. Dann löschen wir die mal. Und dann machen wir die hier rein. Besser, ne? Ja, die roten sehen nicht aus. Da finde ich die schon besser. Ja, ja, ja. Weil die sehen einheitlicher aus. Weil das andere, hast ja gesehen, das sah so komisch aus. Kann man die Pferde dazu bringen? Warte mal. Kann man die Pferde dazu bringen, dass man, dass die das Schild halten? Theoretisch, ja. Drehen, 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 drehen. Okay, geil. Das ist sehr geil. Okay, das gefällt mir echt gut. Jetzt haben wir noch so viel Zeit. Boah, sollen wir einfach die Auktion skippen? Könnten wir machen, ne? Einfach bis zwölf Uhr warten, schlafen legen und dann hoffen, dass am nächsten Tag keine Auktion mehr ist. Warte mal. Wir können doch. Upgrades. Ne. Dekorationen. Haus. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Guck mal hier, Schlafzimmer. Okay. Oh. Oh, die Wände, stimmt. Die können wir auch noch umfärben. Boah, ne. Irgendwie gar. Ne, auch nicht. Ist okay. Ist halt clean weiß. Die sind gleich, ne? Die sind gleich, ne? Fast, fast gleich. Dann würde ich sagen, den. So, Bett machen wir auch noch. Außendesign. Warum sieht das hier so komisch aus? Ne. Warte mal, wir müssen erst mal hier gucken, was wir da mitmachen. Hä? Wo ist jetzt der Unterschied? Wo ist jetzt der Unterschied? Okay, nehmen wir das. Und dann brauchen wir natürlich passende Dachziegeln dafür. Das wäre eine Option. Oder die. Na komm, nehmen wir die. So, InDesign. Nehmen wir auch. Da würde ich sagen, machen wir auch wieder das Weiße hin. Okay. Haben wir schon. Dann haben wir hier Teppiche. Ne, boah, oh, Laminat. Hm. Okay. Ich finde, das stand eigentlich schon gut. Besser. Ah, die Farbe ist halt krass. Ja, okay, das. So, dann brauchen wir hier noch. Ist auch komisch, ne? Der Tisch hier und der zeigt nichts an. Nehmen wir das. Und da setzen wir hin. Das. So. Haben wir gemacht, ne? Schön. So, einmal direkt schlafen. Ich meine, wir haben jetzt einiges an Kohle ausgegeben, aber gut. Was war denn jetzt? Das ist insgesamt 20, 30 ungefähr. Schon cool. Automarkt ist geöffnet. Gott sei Dank. So, Automarkt gehen wir hier nämlich jetzt hin. Wir kaufen. Wir kaufen. Den Käfer brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Lamborghini kaufen wir uns auf jeden Fall. Für 421. Wir machen 410. Wird der wahrscheinlich ablehnen. Ja, machen wir 450. Okay. So, hallo? Ja, ist halt kaputt, ne? Was soll man sagen? 105, ne? Machen wir 100. Äh, äh, ich versuche es jetzt nochmal. 140. Ne, ist ein bisschen zu wenig. Machen wir 145. So. 145. Sehr schön. Äh, kann man auch direkt abschleppen lassen. Was wollen sie für den haben? Ah, ich glaube, der wird nicht so teuer sein. 30, okay. Aber sonst. BMW 1er. 20. Und der wird sein. 18, ne? Oh, der hier könnte vielleicht nochmal teuer sein. Der Dodge R. 18. Ich glaube, links stehen tatsächlich nur die günstigen Autos, ne? Ja. Käfer haben wir ja. Ist ja eine andere Innenausstattung als meiner. Sie haben Skillpunkt. Oh. Ähm. Reparaturgeschwindigkeit. Benzinpreis, Malenpreis, Stimmpreis. Zu einem günstigeren Preis. Aber wir machen ja schon relativ günstige Preise, ne? Man braucht jetzt zwei Skillpunkte für. Mitarbeiterwäsche. Da sparen wir jetzt drauf. Äh, Büro. Ganz wichtig. Büro. Achso, wir müssen ja wieder aufräumen, ne? Ah, wir müssen ja wieder aufräumen. Das hatte ich ja ganz vergessen. Zwo. Dreh. Sehr schön. Dann fahren wir die nämlich einmal. Ich fahre jetzt den nochmal auf dieses runde Teil. In der Hoffnung. In der Hoffnung, dass sich das dann dreht. Jo. Dreht sich. Krass. Äh, ich hätte den Lamborghini da drauf stellen sollen, ne? Ja, hast du recht. Hast du recht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ist aber ein bisschen verbuggt, ne? Jetzt dreht er sich wieder nicht. Also irgendwie... ...ist das nicht das wahre vom Ei. So, Lamborghini. Äh, 630.000. Und der Porsche... Oh, der macht echt viel Gewinn. 35.000. Geil. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge... Verkaufen wir die beiden. In der nächsten Folge werden wir... ...hier eventuell uns weiter aufmotzen. Oder mal gucken, was wir da machen. Da fällt mir bestimmt noch was ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.